Ja Leute, ich bin's, euer Fabi Crafter und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja Leute, ich muss euch leider was, ja, blödes sagen. Ihr fragt euch bestimmt, wieso lange kein Video gekommen ist, Leute. Es ist was blödes passiert, Leute, es tut mir so leid, aber... Ja, ich denke, vielleicht wisst ihr schon, was passiert ist, oder ihr könnt's denken. Weil ich hab's in der Videobeschreibung geschrieben, das vom letzten Video. Ja, mein PC ist kaputt geworden und alle Videos sind weg. Also Leute, das heißt, ich hab so viele coole Videos aufgenommen, die ich auf jeden Fall hochladen wollte, von München auch. Mit der S-Bahn fahren, das hab ich alles aufgenommen, alles verloren. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich das irgendwie noch irgendwie... Ich hab's auf meiner Speicherkarte drauf gehabt, hab ich aber gelöscht. Aber ich glaub, das kann man mit einem Programm wiederherstellen. Aber ich weiß halt nicht, das sind halt dann nicht alle Videos wiederhergestellt, aber die meisten wieder. Also ich weiß nicht, ob man das wiederherstellen kann, alles. Ich weiß nicht, ich glaub aber schon, dass das irgendwie geht. Aber ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Also ich könnte's vielleicht versuchen, ich weiß nicht. Ja, also Leute, es werden ganz normal wieder Videos kommen. Es kommt jetzt einfach danach, nach diesem Video kommt einfach irgendein Video, was ich noch hab. Weil ich hab noch ein paar, Gott sei Dank, drauf noch. Auf meinem Laptop noch. Da hab ich ganz viele noch drauf. Ähm, und ja. Das ist halt leider das größte Problem jetzt, dass die Videos alle weg sind. Alle sind jetzt nicht weg, aber ich war letztes Mal woanders Trainspotten. Da ist auch ein cooler Railjet gekommen, den hab ich auch aufgenommen. Den hab ich Gott sei Dank noch. Also Gott sei Dank ist noch etwas geblieben. Also ich hab noch in Führnis getranspottet mal. Dann hab ich noch in Felden am Wörthersee getranspottet. Pörtschach am Wörthersee hab ich noch, Gott sei Dank. Und ja, dann war ich noch, glaub ich, in Ledenizen. Da geh ich aber bald hin. Also im Mai geh ich da hin. Und dann geh ich da auch Trainspotten. Also im Mai geh ich dann da wieder hin. Dann für eine längere Zeit. Dann film ich da Land, Güterzüge, alles mögliche. Dann werd ich da wieder was filmen. Also ich verspreche euch auf jeden Fall. Ledenizen werd ich wieder filmen. Das kann ich euch sagen. Für Nitz wird wieder bald irgendwas kommen wieder. Also das ist nicht zu Ende, Leute. Da kommt halt irgendwann wieder mal was. Also irgendwann. Und ja, ich hoffe, es tut mir sehr leid. Ja, es ist, ich konnte einfach nichts dafür. Ich wollte mein PC starten, ging aber nicht. Windows normal starten, da kommt immer eine Starthilfe, geht nicht und alles. Da kamen halt tausende Probleme. Also Leute, ich musste alles resetten auf Windows 10, upgraden. Habe ich alles jetzt gemacht. Ich hoffe, es läuft jetzt. Ich hoffe, der rennt jetzt mal für eine gewisse Zeit. Ich hoffe, der rennt mal 5 Monate komplett, ohne dass was kaputt geht. Und Leute, ich empfehle auch diesen Computer. Was ich gekauft habe, nicht. Also kauft ihr euch nicht. Kauft euch einfach die Teile und lasst ihn zusammenbauen. Oder wenn ihr selber könnt, dann könnt ihr es zusammenbauen. Ist besser. Also mein Onkel könnte ihn für mich zusammenbauen. Also ihr müsstet einfach jemanden suchen oder irgendjemanden fragen, ob er das machen könnte. Ja, mein Onkel kennt sich da gut aus. Und deswegen kann er das für mich machen. Und ja, ich empfehle euch diesen Computer eher weniger. Also ja, kauft ihn euch lieber nicht. Kauft euch einfach die Teile und dann... Ja, aber die Grafikkarte ist ja gar nicht so schlecht. Aber Prozessor ist jetzt nicht der Beste. Aber trotzdem ist er eigentlich gar nicht so schlecht. Grafikkarte ist eigentlich relativ gut. Aber naja. Dazu kommt ja irgendwann nochmal ein Video. Also es tut mir sehr leid, dass ich alles verloren habe. Ich kann nichts machen jetzt. Es wird halt trotzdem... Ich gebe natürlich nicht auf. Es werden trotzdem Videos kommen. Ich habe letztes Mal in Rosenbach, also gestern glaube ich... Ja, gestern, habe ich eine Werbelok wieder aufgenommen. Also keine Sorge, das Video wird noch kommen. Ich verrate jetzt nicht, welche Lok das ist. Es ist eine Taurus. Eine, ja, 12-16 Werbelok. Ist jetzt nicht ÖMPC oder so. Nein, eine andere. Die habe ich noch niemals aufgenommen. Ich glaube zweimal habe ich die aufgenommen oder dreimal. Ja, dreimal habe ich die schon gesehen. Ich habe jetzt... Weiß nicht, ob jetzt alle drei Videos ich noch habe. Aber zwei davon habe ich auf alle Fälle. Und Vectrons habe ich glaube ich auch ganz viele aufgenommen. Ich weiß halt nicht, ob ich noch die alle habe. Die ganzen Videos. Ich glaube von der Vectron habe ich jetzt glaube ich eins noch. Also ich weiß nicht. Muss ich halt gucken, was ich noch habe. Das Video... Also tut mir leid, Leute, dass es so blöd gelaufen ist mit dem PC. Aber ich konnte nichts machen. Also es werden trotzdem Videos kommen. Also kein Problem. Also es ist jetzt... Ich höre jetzt nicht auf oder so. Aber trotzdem. Es werden trotzdem wieder Videos kommen. Es kommt einfach als nächstes. Es kommt einfach irgendein Video, was ich noch habe. Ja, es kommen jetzt einfach irgendwelche Videos. Ganz verstreut. Einfach. Ich weiß jetzt nicht. Ich habe halt noch ein paar gerettet. Ein paar Videos. Am Laptop habe ich noch ein paar. Aber die ganze Festplatte war im Arsch. Und ja. Die Festplatte in diesem PC ist auch nicht die beste. Also sie ist jetzt schon gut. Aber sie ist von 2008. Also hätte man schon eine neuere einbauen können. Von 13 oder 12 hätte ich schon gedacht. Ja. Aber egal Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss.